... mit einem Kampfgewicht von 98,7 Kilogramm, mit 11 Siegen, 7 Niederlagen und einen unentschieden, Marcel Gottschalk. Und in der blauen Ecke ein Dömitant aus Serbien mit einem Kampfgewicht von 103 Kilogramm, Seat Karovic. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen heute Abend bei uns in der Halle einer der erfolgreichsten Bucks Promoter der Geschichte. Ein herzliches Willkommen, Armin Spöner! Ringen frei, Runde eins! Das war die Vielen Dank. 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 Vielen Dank.